Kennt ihr das auch? Ihr wollt einfach nur friedlich im Park liegen und dieses Gefühl werden und der Boden ist so hart und schmerzig oder man hat nur so eine Decke und dann braucht man doch irgendwas wo man sich bequem drauflegen kann. Das Ding habe ich mir auch in China gekauft. Gibt es auch für sehr viel Geld in Deutschland. Die holländische Firma LEMSAC, das kostet hier in Bielefeld 90 Euro, im Internet zuletzt 85 Euro. Das Ding, auf dem ich jetzt hier liege, hat mit versammt aus China 23 Euro gekostet. Ich war jetzt ein bisschen besorgt, ob das cool ist. Ich zeige euch gleich mal, wie man das aufbaut. Zusammenbauen ist auch ganz easy und es sieht aus wie so ein trendiger Sportbeutel, wie die coolen Kids das heute tragen. Es ist echt sehr, sehr geil und es ist wirklich, wirklich bequem. Also auch das, ein cooles China-Ding. Du bist versorgt, ne? Und was bin ich? Ich bin an Bord, ja? Du bist versorgt. Du darfst jetzt nicht durch die Kamera fahren, dann sieht man nicht. Hast du schon aufgebaut? Ja, filmt auch schon. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich kann das aber auch nicht, das sieht jetzt bestimmt total so aus. Ich wüsste mich jetzt. Ich glaube, das ist natürlich nicht ausreichend. Das ist ziemlich geil. Ich bin ein bisschen glücklich. Ja, so einfach geht das. Man sieht ja mal ein bisschen albern aus und ist ein bisschen außer Atem. Aber es ist... Hinten ist ja dieser Drehschnupsi da. Damit kann ich das jetzt noch ein bisschen spannen und habe ich, glaube ich, eine relativ entspannte Liegefläche. Das ist cool, oder? Das ist cool. Ja. Ja. Ja.